Ein wichtiger Punkt, mit dem wir uns ganz am Anfang beschäftigen, wenn wir mit Zoom-Videokonferenzen loslegen, ist, wie organisiere ich überhaupt ein Meeting? Wie starte ich? Wie plane ich? Wie lade ich überhaupt dazu ein? Und genau darum geht es in diesem Video. Es gibt im Prinzip zwei Wege, ein Meeting jetzt vorzubereiten über die Zoom-Software, die wir uns herunterladen können, oder über die Website von zoom.us. Und das schauen wir uns jetzt auch beides in diesem Video an. Und wir starten erst einmal mit der Zoom-Software, die hier im Hintergrund läuft. Diese kennen wir alle, wenn wir Zoom installiert haben. Wir müssen uns mit unserem Benutzer-Account einloggen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein Benutzerkonto. Das kann ein kostenloser Basistarif sein oder eben auch ein lizenzierter Account. Da können wir hier rechts oben auf dieses Icon draufklicken. Und hier finden wir auch unsere ganzen Informationen über unsere Lizenz. Wir können auf Einstellungen zugreifen. Wir können hier unsere Zoom-Version updaten und können uns einloggen oder auch ausloggen. Um ein neues Meeting zu planen, gehen wir einfach hier oben in dieser Leiste auf Meetings. Denn hier haben wir die Übersicht über alle geplanten Meetings, die wir hier haben. Und wir sehen hier erst einmal etwas ganz Entscheidendes, nämlich eine Meeting-ID zu einem persönlichen Meeting-Raum, eine persönliche Meeting-ID. Vergleichen Sie diese Meeting-ID mit Ihrer Türnummer, Ihrer Raumnummer oder einer persönlichen Telefonnummer. Das heißt, mit jedem Zoom-Account ist eine persönliche ID auch festgelegt und auch mit verbunden. Und über diese ID ist auch Ihr persönlicher Raum immer erreichbar. Wie wenn Sie ein Büro haben, Ihr Büro hat draußen an der Tür eine Nummer, dann weiß jeder, Sie sind im Büro Nummer 18 irgendwie erreichbar. Das ist die persönliche ID. Wenn wir jetzt aber ein Meeting starten und organisieren, können wir festlegen, ob das Meeting entweder in dem Raum mit der persönlichen ID stattfinden soll oder mit einer zufällig generierten, also ob wir zu Ihnen ins Büro 18 kommen sollen oder lieber doch in Büro 25 uns treffen. Das ist einfach nur wichtig zu wissen, was sich hinter diesem Begriff der ID verbirgt. Um ein neues Meeting zu planen, klicken wir hier einfach auf das Plus und kommen hier auf die entsprechende Übersichtsseite oder haben jetzt die Eingabemaske, können jetzt hier oben das oder den Titel eingeben, das Thema eingeben. Ich wähle jetzt hier einfach mal die Dienstbesprechung, können dann hier Datum und Uhrzeit auswählen. Bei der Uhrzeit gebe ich ja ein Zeitfenster an. Ich sage jetzt mal eine Stunde, anderthalb Stunden. Das bedeutet jetzt nicht, dass das Meeting automatisch nach anderthalb Stunden beendet wird. Nein, das ist nur ausschlaggebend für den Kalendereintrag. Denn wenn ich nachher auf Speichern klicke, wird automatisch ein Eintrag für Outlook oder für den Google-Kalender, den Apple-Kalender, wie auch immer, erzeugt. Und je nachdem, der braucht eine bestimmte Länge und die lege ich hier in dieser Uhrzeit oder mit dieser Uhrzeit fest. Wiederkehrendes Meeting. Wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung habe, die über eine zufällige Meeting-ID regelmäßig stattfinden soll, zum Beispiel einmal in der Woche eine Dienstbesprechung, nicht in meinem Büro Nummer 18, sondern im Büro Nummer 25, dann kann ich ein wiederkehrendes Meeting anlegen. Und das kann ich dann immer wieder starten, wann ich es möchte. Und das findet dann immer in der gleichen zufälligen ID statt. Das ist vielleicht sinnvoll für Sprechstunden oder für regelmäßige Angebote, damit sich einfach die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur einen Zugangslink für mehrere Veranstaltungen merken müssen. Unten drunter kann ich entsprechend die Meeting-ID auswählen. Dann möchte ich, wie gesagt, dass das Meeting jetzt in meinem persönlichen Raum oder in einem Raum mit einer zufällig erzeugten ID auch stattfindet und habe jetzt hier noch ein paar Sicherheitseinstellungen. Bei KenCode kann ich den Zugang zu dem Meeting noch mal durch ein Passwort regulieren, durch ein Passwort schützen. Das heißt, diejenigen, die in das Meeting wollen, die brauchen nicht nur die ID, den Zugangslink, sondern sie brauchen auch ein Passwort, um reinzukommen. Und hier unten drunter habe ich auch noch die Option des Warteraums. Das heißt, die Leute kommen nicht direkt in die Videokonferenz rein, sondern auf eine Vorschaltseite, in eine Lobby im Prinzip und müssen dann entweder vom Moderator oder von den Co-Moderatoren entweder einzeln oder alle zusammen in das Meeting reingelassen werden. Das macht zum Beispiel Sinn bei Bewerbungsgesprächen oder bei Beratungsterminen. Dann sehe ich dann, dass im Warteraum Herr Meier, Frau Schmidt und Frau Müller irgendwie mit drin sind und kann einzeln einfach die Personen ins Meeting reinholen. Oder ich sage, Warteraum beenden und dann kommen alle Personen mit rein. Wir haben auch noch mal ein Video zum Thema Sicherheitseinstellung, Vermeidung von Zoom-Bombing und da wird auch noch mal genau gezeigt, wie der Warteraum funktioniert in der Live-Situation. Einfach vielleicht das Video dann dazu auch noch mal anschauen. Hier gibt es noch ein Button, nur berechtigte Personen dürfen teilnehmen. Das bedeutet, dass das Zoom-Beating nicht ganz öffentlich ist, sondern nur Personen, die einen Zoom-Account haben, die sich bei Zoom angemeldet haben, dort teilnehmen dürfen. Das heißt, ein anonymer Zugang ist damit nicht mehr möglich. Verschlüsselung. Hier sind jetzt zwei Verschlüsselungsarten aufgelistet. Die erweiterte Verschlüsselung, die End-to-End-Verschlüsselung. Grundsätzlich sind beide erstmal sicher. Die End-to-End-Verschlüsselung ist sicherer. Dafür stehen weniger Funktionen zur Verfügung. Das hat technische Gründe. Das heißt, wenn man die sicherere End-to-End-Verschlüsselung wählt, steht nur der Audio- und der Videokanal zur Verfügung, aber keine Umfrage, keine Breakout-Räume. Also es gibt ganz wichtige Einschränkungen. Von daher könnt ihr einfach die erweiterte Verschlüsselung nutzen. Die ist auf jeden Fall auch sehr sicher. Unten drunter kann ich nun festlegen, Video, Audio. Das heißt, sollen die Geräte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Anfang an aktiviert sein? Und das kommt einfach auf das Format drauf an. Bei einer klassischen Videokonferenz, da möchte ich ja, dass die Leute per Video, per Audio dabei sind. Das heißt, hier kann ich ruhig auf aktiv lassen. Habe ich ein eher frontales Format, wo ich möchte, dass die Leute nur zugucken, aber selber nicht senden, kann ich hier im Vorfeld direkt Audio und Video deaktivieren. Bei Audio habe ich zudem noch die Möglichkeit, den Zugriff über Telefon zu erlauben. Das heißt, wenn jemand kein Mikrofon hat, hat diese Person eine Festnetznummer, die kann oder sie über die Telefon anrufen und dann wie bei einer Telefonkonferenz teilnehmen. Hier steht allerdings dann nur ein Audiokanal zur Verfügung. Das wird ganz oft genutzt in Strukturen, wo es einfach ganz schwaches Internet gibt und die Leute einfach zu wenig Internetgeschwindigkeit haben. Für eine Videokonferenz habe ich schon oft erlebt, dass die sich dann per Telefon mit eingewählt haben. Eine ganz interessante Geschichte. Unten drunter kann ich auch noch mal auswählen, hier die Zugangsnummern. Ich habe jetzt hier im Moment von Deutschland einwählen. Das heißt, es wird eine deutsche Festnetznummer gewählt. Ich kann aber genauso gut auch internationale Festnetznummern aussuchen, wenn ich Gäste eben auch aus anderen Ländern erwarte. Unten drunter kann ich, wie gesagt, den Kalendereintrag hier auch noch mal festlegen. Das bedeutet, möchte ich einen iCal-Eintrag, das ist für Apple-Geräte, Google-Kalender, Outlook oder eben auch einen anderen Kalender. Das heißt, sobald ich auf Speichern klicke, wird das Meeting dann direkt als Kalendereintrag bei mir dann auch abgespeichert. Ich habe hier noch erweiterte Optionen. Und ja, hier gibt es noch bestimmte Funktionen, die ich noch regulieren kann. Zum Beispiel Teilnehmern die Erlaubnis geben, jederzeit beizudrehen. Es gibt die Möglichkeit, dass die Teilnehmer, wenn das hier nicht gesetzt ist, erst in die Videokonferenz reinkommen, wenn ich als Host bereits da bin. Ja, wie in einem analogen Raum. Ich habe den Schlüssel zu dem Raum, ich muss erst aufschließen, ich gehe rein und bin dann da. Wenn ich diesen Haken setze, können die Teilnehmer bereits in den Raum, dann ist dieser schon aufgeschlossen und können sich dort auch schon mal unterhalten. Die sind dann als ganz normale Teilnehmerinnen und Teilnehmer da. Teilnehmer beim Eintrag auf Stummschaltung stellen. Also das heißt, dass die dann auch nochmal stumm geschaltet sind. Bitte um Genehmigung, die Stummschaltung von Teilnehmern aufzuheben. Meeting automatisch auf dem eigenen Computer aufzeichnen. Das heißt, da wird eine lokale Aufzeichnung dann auch angefertigt. Wobei ich einfach auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass gerade bei längeren Meetings diese Aufzeichnung auf dem eigenen Computer sehr, sehr rechenintensiv ist. Da wird nämlich im Hintergrund eine Datei erstellt und erst wenn das Meeting fertig wird, wird diese zu einer Videodatei, da sagt man gerendert, also zu einer Videodatei erstellt. Und das braucht einfach eine bestimmte Rechenleistung, Kapazität. Und wenn diese nicht da ist, kann das wirklich sehr, sehr lange dauern. Bei diesem Meeting zusätzliche Rechenzentrumsbereiche zulassen. Das ist jetzt in unserem Kanal oder in unserem Zoom-Account jetzt erstmal überflüssig, weil wir eine On-Premise-Lösung über ein eigenes internes Rechenzentrum haben, über ein deutsches Rechenzentrum. Von daher ist diese Funktion auch erstmal wirkungslos, zumindest bei unserem Tarif. Und die Genehmigung oder sperren Sie Einträge für Benutzer aus bestimmten Ländern. Das heißt, hier kann ich jetzt auch nochmal Regionen festlegen, die entweder inklusiv oder exklusiv für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Wenn ich sage, ich möchte nur Teilnehmer aus Österreich haben, kann ich das hier einstellen. Oder ich kann auch sagen, bitte keine aus Amerika, dann ist das hier auch möglich. Sobald ich nun hier unten auf Speichern klicke, wird das Meeting jetzt angelegt. Sie sehen jetzt hier einen direkten Kalendereintrag. Und nun kann ich mit einem Klick auf OK das in meinem Kalender jetzt auch abspeichern. Das ist jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie wir Zoom-Meetings jetzt auch planen können. Wir sehen, wie gesagt, das Meeting dann jetzt hier in dieser Übersicht. Und jetzt geht es darum, Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzuladen an diesem Meeting. Und die entsprechenden Informationen finden wir dann hier auf der rechten Seite. Wir können jetzt hier nämlich entweder das Meeting nochmal bearbeiten, es löschen, die Einladung in die Zwischenablage kopieren oder auch die Einladung erstmal anzeigen. Und dann wird hier unten drunter ein Meeting-Link angezeigt. Und dieser Link ist entscheidend. Der besteht erstmal aus zoom.us, dann ein Schrägstrich, ein J und dann der Raumnummer, in dem das Meeting stattfindet. Wenn hinten dran noch etwas Kryptisches steht, dann ist da noch ein Passwort mit verbunden. Und hier unten drunter finden wir dann auch noch die Telefonnummern für die Einwahl nach den aktuellen Standorten. Das heißt, ich habe jetzt hier für dieses Meeting zwei Telefonnummern mit 069er Vorwahl, also aus dem Frankfurter Bereich. Für die meisten Festnetztarife auch eine kostenlose Einwahl mit möglich ist. Und diese Informationen kann ich jetzt einfach kopieren und meinen Gästen zukommen lassen, damit diese dann in das Meeting beitreten können. Jetzt gibt es noch die zweite Möglichkeit, neben der Software das Ganze in einem Browser sich anzugucken. Und hierfür schwenken wir jetzt einfach mal um auf den Browser. Hier sehen wir nur den Online-Bereich. Ich habe mich über die Webseite zoom.us mit meinen Benutzerdaten eingeloggt, mit meiner E-Mail-Adresse und meinem Passwort. Und komme jetzt hier erstmal in die Übersicht von meinem persönlichen Profil. Das heißt, ich sehe dann hier die Nummer, klarer Fall, die Kontonummer, die persönliche Meeting-ID und so weiter und so fort. Und hier im linken Bereich ist eine Übersicht mit Meetings. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich auch schon direkt das Meeting, was wir gerade in der Software angelegt haben. Das heißt, es findet eine direkte Kommunikation zwischen Software und dem Online-Bereich statt. Das sind einfach nur gleiche Zugänge oder unterschiedliche Zugänge zu den gleichen Informationen so rum. Genau, das heißt, alles, was ich hier ändere, ändert sich auch automatisch dann in dem Bereich über die Software. Das heißt, auch hier kann ich jetzt das Meeting starten, bearbeiten oder löschen oder auch entsprechend einfach ein neues Meeting planen. Und hier habe ich jetzt im Prinzip genau die gleichen Informationen und Möglichkeiten, die ich jetzt auch über die Software hatte. Das heißt, den Kenncode, den Warteraum, die Verschlüsselung, Videozugriff, Meeting-Optionen, Teilnehmer beim Beitritt stumm schalten und so weiter. Das heißt, vom Funktionsumfang ist es erstmal zweitrangig, ob ich das über die Software oder über den Browser mache. Allerdings gibt es einen Unterschied, der für den Browser einfach auch spricht. Nämlich, nehmen wir mal den Fall, Sie haben jetzt mit mehreren Personen Zugriff auf diesen Zoom-Account. Beispielsweise, wenn ich jetzt unseren Kontext sehe, eine Referent und eine Verwaltungsfachkraft. Verwaltungsfachkraft organisiert die Termine für den Referenten. Der Referent ist mit dem Account über die Zoom-Software eingeloggt. Würde sich jetzt die Verwaltungsfachkraft über die Zoom-Software einloggen, mit den gleichen Daten, wie der Referent bereits eingeloggt ist, würde der Referent ausgeloggt werden. Da würde eine Meldung kommen, jemand anderes hat sich mit ihren Daten eingeloggt. Der Referent könnte das Meeting weiterführen, aber er wäre erst einmal ausgeloggt. Würde die Verwaltungsfachkraft diese Änderung über den Browser vollziehen, also sich dort anmelden, hätte das keine Auswirkung auf die angemeldete Variante des Referenten. Das ist einfach ein kleiner Unterschied, muss man auch beachten, dass wenn man sich einloggt über die Software, andere, die ebenfalls eingeloggt sind, eben ausloggen würde. Das Gleiche betrifft natürlich auch die parallele Nutzung in mobilen Geräten. Das heißt, wenn ich in der Zoom-Software zum Beispiel eingeloggt bin und mich unter der gleichen, mit den gleichen Daten über mein Smartphone oder mein Tablet einlogge, dann werde ich auf dem Computer wieder ausgeloggt. Soweit jetzt erst einmal zu dem Thema Meeting planen, Meeting erstellen und dazu einladen. Ich hoffe, ich konnte jetzt so die meisten Fragen dazu jetzt einfach mal beantworten. Und ja, ich wünsche viel Spaß bei euren digitalen Formaten. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.